Hallo, ich bin Li und heute lesen wir die Sterntaler von den Gebrüdern Grimm. Es war einmal ein kleines Mädchen, dem war Vater und Mutter gestorben. Und es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen, und kein Bettchen mehr hatte, darin zu schlafen, und endlich gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es war aber gut und fromm, und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach, Och, gib mir etwas zu essen, ich bin so hungrig. Es reichte ihm das ganze Stückchen Brot und sagte, Gott segne dir's, und ging weiter. Da kam ein Kind, das jammerte und sprach, Es friert mich so an meinem Kopf, schenk mir etwas, womit ich ihn bedecken kann. Da tat es seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an und fror. Da gab es ihm seins, und noch weiter, da bat eins um ein Röcklein, das gab es auch von sich hin. Endlich gelangte es in einen Wald, und es war schon dunkel geworden. Da kam noch eins und bat um ein Hemdlein, und das fromme Mädchen dachte, Es ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand, du kannst wohl dein Hemd weggeben. Und zog das Hemd ab und gab es auch noch hin. Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel, Und es waren lauter, blanke Thaler. Und ob es gleich sein Hemdlein weggegeben, so hatte es ein neues an, Und das war vom allerfeinsten Linnen. Da sammelte es sich die Thaler hinein und war reich für seinen Lebtag. Das war das Märchen von den Sterntalern. Wenn du willst, hören wir uns morgen wieder. Aber jetzt schlaf gut.